Willkommen zu einem Video und heute reagieren wir auf den neuen Song von Liren Dash mit Absent Welthaben Die nächste Single zum neuen Album von Liren Dash, Perfect Blue Ich bin mal gespannt, weil den ersten Song davon fand ich schon sehr krass, der Regen und Schnee hieß der War sehr krass, ja, jetzt der Song, wir werden den Song an, let's go Okay, kein Musikvideo anscheinend, nur so ein paar Bilder Ey, ne wirklich, ist es hier genauso wie bei der letzten Single, ich finde, ihr hört sich an wie Pasha Nimm, nur in Millionen Mal Besser, ja Boah Boah Ich glaube, das wird Album of the Year in, von deutscher Musik her, safe, ja, krass Aber hier fehlt mir echt ein Musikvideo, muss ich sagen Jetzt kommt Absent, also Absent bin ich jetzt irgendwie nicht mehr so der große Fan von, muss ich ehrlich sagen Der hatte ein, zwei coole Songs in letzter Zeit nochmal, wie, ähm, mit Erosiah, Helmut Lang Da habe ich auch eine Reaction dazu gemacht, der war sehr, sehr cool, aber sonst Seine Solo Sachen checke ich gar nicht mehr ab, weil, weiß ich nicht, finde ich nicht mehr so cool wie vor drei Jahren Da habe ich nämlich sehr viel gehört, zweieinhalb Jahre, ja, aber mal schauen, was er hier zu bieten hat, let's Oh Okay Nicht schlecht Boah, Alter Absenz mein Part hat mich jetzt positiv überrascht Und wie das da gerade rüber ging Zu der Hook von Lyron Geisteskrank Geiler Übergang Wow Heftig Ja also die Vorfreude aufs Album steigt Auf jeden Fall Wann kommt das eigentlich raus Weißt es jemals Schreibt es gerne mal in die Kommentare Schaut doch mal gerne in die Kommentare Wie euch der Song gefallen hat Und ansonsten Lasst Daumen nach oben da Abonni nicht vergessen Checkt die Videobeschreibung Wir sehen uns zum nächsten Mal Und haut rein In die Kommentare Und dann